UNTERTITELUNG Ich habe keine große Lust, mich zu wiederholen. Ich bin hier der Einzige, der dieses Schiff auf gerade im Kurs halten kann. Mich brauchst du intakt. Durch unbekannte Äionen des Denkens. Ich versuche mit dir zu kommunizieren. Was soll der Scheiß? Wir sind Soldaten, keine Scheißarchäologen. Ah! Ist der Schwarm ein nahezu perfektes organisches System? Können wir Ordnung in das Chaos der menschlichen Expansion bringen? Was ist das? Die Evolution zwingt so, die Tierwelt sich anzupassen. Et cetera, et cetera. Was genau ist ein Tech-Millionär? Fast so was wie ein normaler Millionär, aber mit einem Hoodie und einer lähmenden sozialen Angststörung. Sollen wir darauf schießen? Scheiße, Jakuts, Feuer frei! Sie waren nicht nett zu den Robotern und dann haben die Roboter sie getötet! Ja!